Einen starken Rücken können wir immer brauchen. Ach, aber eure Talente wären daran vergeudet, hier in der Stadt einen Hammer zu schwingen. Ehrlich gesagt, ich hätte gehofft, meine Schwester und ihr Neugeborenes in Braystack besuchen zu können. Aber die Straßen sind zu gefährlich. Die verdammten Taschendiebe warten an jeder Ecke. Hier würde sich so mancher besser fühlen, wenn jemand wie ihr diese Bastarde im Zaum halten könnte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mir fehlt das nötige Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.